Der amerikanische Saxophonist Dwayne Shorter ist tot. Er starb im Alter von 89 Jahren in Los Angeles. Shorter gilt als einer der einflussreichsten Musiker der Jazzgeschichte. Er spielte mit Größen wie Miles Davis, Art Blakey und Herbie Hancock, für die er auch komponierte. 1970 war Shorter Gründungsmitglied der stilprägenden Jazz-Fusion-Band Weather Report. Später trat er auch mit den Rolling Stones und Carlos Antana auf. Und nun die Wettervorhersage für morgen. Freitag, den 3. März.